Grüß Gott meine Damen und Herren, herzlich willkommen hier, ein Tag vor der ersten Etappe der Quatschirrundfahrt, begrüßen wir Sie ganz herzlich aus der Schweiz, die ganze Crew zusammen, wir freuen uns ganz sehr hier, Schweizer Qualität abliefern zu können. Grüß Gott, willkommen zu Schwesterland, danke, wir kommen hierher. Ladies and gentlemen, bitte willkommen zu Schwesterland, Aldo Schaller. Hallo. Liebe Leute, wir sind willkommen aus der Reise, Aldo Schaller. Danke. Bye bye.